so da bin ich wieder ja so mein gerät drehen wurde mir gerade gesagt ja schon ist das schwimmbecken fast an ort und stelle ihr seht hier den steg der zu dem becken führt das becken ist barrierefrei also dass auch behinderte menschen in der südsee schwimmen können ohne gefahr zu laufen zu ertrinken tut mir sehr leid ich hätte es euch gerne live gezeigt aber jetzt ist ja die aktion schon zu der zeit fast abgeschlossen wo sie starten sollte sorry übrigens gerade noch mal für die unterbrechung da war auf einmal war das netz weg ist eben live man schon nicht das wichtigste mit kriegt wenigstens die pannen ich melde mich gleich noch mal wieder wenn alles an ort und stelle ist und ihr euch verführt von der surfschule beechlein hat mir ein video in zeitraffer zur verfügung gestellt der war natürlich vor ort weil er ja sowieso hier ist und das werde ich auf jeden fall mit seinem einverständnis veröffentlichen dann habt ihr wenigstens den eindruck bis wie das becken am haken hängt bis es gut im wasser ist ich sag mal bis gleich und wenn mich gleich wieder wenn alles fertig ist